und es wird endlich warm hier drin die heizung läuft liebe wärme wenn es eine angenehme wärme ist ihr seid zurück und unversehrt wäre ich eine freude nun sprecht wie ist es euch im herrenhaus ergangen da waren komische hausmädchen die wollten mich verprügeln wie schrecklich die verbitterung meiner herren muss unendlich gewesen sein der sie trost bei den teufelschen wesen suchte er schmerzt mich dass ich das gift aus ihrem herzen nicht zu bannen wusste ob es sich bei allen der zwei männer die ihr gesehen habt um euren gesuchten handelt schwer zu sagen ihr könntet das mit einer ganzen bande dieser unheilvollen gestalten zu tun haben nun ich wünsche euch jedenfalls dass ihr dass ihr ihren finstern machenschaften eines tages ein riegel vorschieben könnt ich für meinen teil werde dem klageregiment umfassend bericht erstatten ich habe die wahrheit schon viel zu lange zurückgehalten und seht welches unheim meine feigheit eingerichtet hat ja ich muss zu mir viel hier habe ich ja jetzt am punkt drauf na komm ich mach die stufensteigerung noch mit stufensteigerung mache ich mit ich lebe auf den niedrigen stufen ja sowieso ganz ganz gut selbst ohne stufensteigerung aber ich hätte ein dragoon gern auf 50 heute ich pvp front hallo drachy vor allem bei der ersten klasse in tana dann habe ich sowieso noch viele ques zu lesen danke mazuna so Lala, Phil, Lin, so. Philosophenstein. Willkommen zurück, Adaria. Ich habe schon sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen von dir gewartet. Bringst du neue Kunde über La Habrea? Zwei Männer also, die seine Untergebenen sein könnten? Es sieht ganz so aus, als hätten die Aschi in ihre Kräfte geeint, um ihre dunklen Ziele zu verwirklichen. Du hast also eine wertvolle Erkenntnis verschafft, Adaria, so wertvoll wie überraschend. Ja, ich war noch auf dem Klo. Das habe ich auch nur gemacht. Die Situation scheint vertrackter, als ich befürchtet habe. Wenn wir weiter auf gut Glück im Heuhaufen herumstochen, finden wir die Nadel bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Ich gebe es ungern zu, doch die Angelegenheit... Ja, ich trinke gleich mal so ne. ...ist eine Nummer zu groß für den Bund allein. Ich werde den drei Stadtstaaten die Ergebnisse seiner Nachforschung zukommen lassen. Und sie bitten, ein wahres Auge auf alles zu haben, was mit dem Treiben der Aschi zu tun haben könnte. Kummer lässt sich nicht vom Antlitz dieser Welt tilgen. An verbitterten Herzen, in die die Aschchirns ihren Hass sehen können, herrscht kein Mangel. Umso wichtiger sind die Erkenntnisse, die du uns verschafft hast. Mit ihrer Hilfe werden wir den hoffnungslosen und schwachen zur Seite stehen. Mit ihrer Hilfe und der Hilfe unserer treuen Freunde. Yay. Meil. Ich entbinde dich hiermit fürs Erste von der Suche nach La Habea. Du hast ausgezeichnete Arbeit geleistet, Sardaria. Ruhe dich etwas aus und bereite dich dann auf unsere nächste Aufgabe vor. Die Prämie haben sich in letzter Zeit ruhig verhalten. Das wird nicht mehr lange zu bleiben. Ich werde so schnell es geht eine Vollversammlung des Bundes einberufen. Hm, die Waffe kann ich nicht gebrauchen. Ladykiller Äh, dafür wird immer wieder gesprochen wird. Der Mahlstrom braucht unsere Hilfe. Neue Informationen über die Kobolde? Ganz genau. Und sie werden euch nicht gefallen. Der Forschungsbericht sagt nichts Gutes. Erzähl schon. Ein Koboldstamm aus Lanosea hat den Primae Titan erneut beschworen. Wir sollen nun dem Mahlstrom dabei helfen, mit ihm fertig zu werden. Es ist nicht das erste Mal, dass der Mahlstrom und die Kobolde aneinander geraten. Du musst wissen, einige Jahre vor der Gründung des Mahlstroms wurden die Primae Leviathan und Titan nämlich gleichzeitig beschworen. Damals wurden sie vom Heer der Helden unter Melvibs Kommando besiegt. Doch schon kurz darauf versammelten sich die wilden Stämme erneut und beide Primae wurden wieder beschworen. Und jetzt ist der Ernstfall eingetreten. Leider wissen wir über Titan viel weniger als über Ifrit. Es gibt kaum Berichte über den Kampf gegen ihn. Und das Heer der Helden wurde vor fünf Jahren aufgelöst. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Das wird eine harte Schlacht. Immerhin ist unser Gegner ein Primae. Da müssen wir mit allem rechnen. Selbst die geballte Feuerkraft der Mahlstromflotte könnte nicht ausreichen. Und die Kobolde lassen nicht mit sich reden wie die Sylphen. Sie sind ein verschlagener Haufen. Diesmal ist also weniger dein diplomatisches Geschick, sondern eher deine Kampfkraft gefragt. Dein Leben wird auf dem Spiel stehen. Überlege dir gut, ob du es riskieren willst. Du hilfst uns also? Nee, ich habe ja auch keine Wahl. Vielen Dank. Istola kennt sich in Limsa-Lominsa und mit den Kobolden am besten aus. Minfilia, was meinst du? Istola, kannst du mitgehen? Natürlich, das hatte ich vor. Danke, Istola. Damit ist alles klar. Los geht's. Diesmal müssen wir alle unseren Beitrag leisten, um die Mission zu erfüllen. Dann tu doch auch du mal was. Sie müssen keine Zeit verlieren. Sitzt da nicht immer nur dumm rum. Erklärt die Dania und Ulda die Situation und bittet sie um Unterstützung. Was ist das? Sitzt da die ganze Zeit? Tut nichts. Gibt Befehle, oder was? Du informierst bei Desions Gelehrte und falls möglich auch Alfino. Nichts nutzt. Und du, Papa Limo, trag bitte alle auffindbaren Informationen über Titan zusammen. Und was machst du in der Zeit? Weitere Details wirst du im Hauptquartier des Mahlstroms erfahren. Brich am besten gleich auf. Ja, klar. Natürlich. Und sei vorsichtig. Möge das Licht des Kristalls dich leiten. Mhm. Ähm ich auch. Ihr mich auch. Mhm. Dahin. Geh' noch einmal kurz zum Gehilfen. Wahrscheinlich komm ich ja eh gleich in... ...ins Ding rein. Hier ist Stufensteigerung. Ja. Oder jetzt. Und jetzt ist noch besser. Ja. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Ach komm. Jedes Mal. Ohne Witz. Das ist jetzt der vierte Stream. Infolge mit dem Schaf. Wo die Stufensteigerung ich für ihn bin haltet. Was hat das Spiel gegen mich? Was hat das gegen mich? Ja aber genug. Inni ist so ausvoll. Und ich kriege trotzdem über diesen Schrott. Hm. 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 Aber trotzdem levy ab. Komoot 40, ja? Hm. 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 ja nein vielleicht 46 ok hätte ich jetzt nicht erwartet dann haben wir noch drei level das war klassenquests durchgehend machen prima klinge da das kommt dahin das kommt dahin das brauche ich erst mal nicht die kühle kann ich eigentlich auch erst mal da reinpacken die brauche ich eigentlich auch erst mal nicht so So teuer? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm... Gegen den Picken hier habe ich hier nicht. Hier noch. Huch. Habe ich. Bitte. Ich nehme diese hässliche Maske. Hm. Ja, ja. Felderkundung. Und der da kann dann Gärtner werden. Nein, das war falsch. Hier wurde ich hin. Jetzt kommt da hin. Huch, ich sehe gerade das und Flexible. So, lies und da mit hin. Ach ne, das sind zwei verschiedene Eier. Alles klar, okay. Ist hier im Blut? Ehe im Blut. Und Kreischerhaut. Bei... Ob ich den letzten noch woanders? Ne. Das da mit hin. Ah. Alles muss hier eher seine Ordnung haben. Du musst fast. Tonstein, Stroh. Stroh kommt mal da hin. Bumper, Asche, Ton. Und da mit hin. Die Glasschere. Aber die kommt schon wieder auf, wenn Anna geht. Das. Das. Und die abgenutzten Notenrollen. Kommen hier mit hin. Kommen hier mit hin. Lass es festlegen. Das kann Gärtner werden. Okay. Gegenstände. Guck, was ist das hier. Okay. Wie sieht das... Nein. Hier jetzt nochmal aus. Hier so von Stein. Lala fällt in so. Lala fällt in so. Und das andere war... Das andere war... Okay. Dann gehe ich noch einmal ganz kurz dahin zurück. Gib mir das einmal schnell ab. Bevor ich es... Vergesse. Kenne mich. Ich weiß, dass ich es vergessen würde. Die Richtung. Wie viele habe ich? 2589. Das ist nicht viel. Das ist leider echt nicht viel. Ach Mist. Ich brauche da 10 von. Mist, Mist, Mist. Muss ich aber nochmal auf eine andere Welt, glaube ich. Bei dem anderen gab es, glaube ich, nur noch 2. Geil. Ich glaube, ich glaube, ich komme da jetzt trotzdem nicht drauf. 10. 10 Stück. So eine Kack-Lala-Fählinse. So eine Kack-Lala-Fählinse. Beide. So eine Kack-Lala-Fählinse. So eine Kack-Lala-Fählinse. So eine Kack-Lala-Fählinse. abbauen kann nein notizbücher hat der stein guck ich mal mal gucken muss auch überlegen was ich gleich noch irgendwas bis 20 uhr fertig zu machen geht geht vielleicht mal mir auch einfach nur toast mit spiegelei also nicht das schlecht ist eine ausstattung mein gott ja natürlich mit ich habe das werkzeug noch nicht okay ich muss auf kauf ich muss kaufen gehen ich weiß nicht was die klassenkasse dafür auch machen oder in die gerd der gerd da kommt erst dran wenn fertig selten reise ich muss einmal kurz wechseln ich würde mir gern so ein angebratenes post also so leicht angerüstetes toast mit einem machen aber die zeit habe ich halt einfach nicht keine zeit dafür wahrscheinlich wird es auf toast hinauslaufen wobei ich könnte auch rührei machen ruell geht auch schnell okay Ich würde gerne auf meine Heimatwelt. Ich will auf meine Heimatwelt. Und so schnell. Und dazu könnte ich mir einen Tomaten-Mozzarella-Salat machen. Nur diesmal sollte ich ihn vielleicht ohne Knoblauch machen. Ich habe ja eine Zwiebel- und Knoblauchallergie. Und ich hatte jetzt zwei Tage lang so übelste Halsschmerzen. Ich glaube, das sollte ich vielleicht nicht tun. Ich sollte, glaube ich, keinen Knoblauch mehr essen. Das wäre echt schlimm. Aber ich liebe Knoblauch. Ich glaube, auf Knoblauch reagiere ich noch schlimmer als auf Zwiebel. Ich heule innerlich. Es wird irgendwann der Tag kommen, an den ich nie wieder Zwiebeln und Knoblauch essen können werde. Darf. Und dieser Tag wird das Schlimmste in meinem Leben sein. Denn es gibt nichts Geileres als Zwiebeln und Knoblauch. Ich heule jetzt schon innerlich. Ich heule schon. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Was will man machen? Weil, wie gesagt, man halt schwittern oder die Mandeln und andere schwittern so extrem an, dass ich weder schlucken noch richtig reden kann. Das ist so unangenehm. Aber ich liebe es. Also Knoblauch und Zwiebeln. Ich liebe es einfach nur. Aber das seltsame ist zum Beispiel Frikadellen, wo zum Beispiel auch Zwiebeln drin verarbeitet sind. Die kann ich komischerweise essen. Das ist zum Beispiel gar kein Problem. Oder Knoblauch selbst. Das kann ich zum Beispiel auch. Das sind alles Sachen, die gehen. Warte, hier muss ich gar nicht hin. Es ist halt nur pur. Das, was ich nicht mehr darf. Oder nicht mehr Säute. Noch heißt es nur Säute. Aber Zwiebel und Knoblauchsalz geht sogar noch. Oder in der Suppe. Die Zwiebeln, die da drin sind. Die kann ich zum Beispiel auch. Das kann ich auch essen. Aber nicht roh. Und auch nicht angebraten. Ich glaube, angebraten ist sogar noch Schlupf. Das ist ganz furchtbar. Das hat sich aber erst in den letzten zwei, drei Jahren herausgestellt. Ich will nicht. Oh mein Gott. Okay. Ich habe getruntert. Ich weiß, wo ich hier ist das Fluttenkommando. Äh, nein. Du bist ja die Helfron von Bunta Mongrote, die uns Titan aus dem Weg räumen soll. Der Prima E. Der Kobolde ist plötzlich wieder aufgetaucht. Als ob wir sonst keine Probleme hätten. Bisher haben sich die Kobolde ruhig verhalten. Aber jetzt verlassen sie anscheinend ihre Höhlen in den Bergen des nördlichen Ogomoro. Und kommen zu uns herunter. Wir haben herausgefunden, dass die Beschwörung von Titanen eine riesige Menge von Energie erfordert. Kristallenergie. Danke, Leutnant Riki. Ab hier werde ich unsere Abenteuerin einweisen. Nein, ich werde eingewiesen. Ich komme jetzt in die Irren. Lange haben wir uns nicht gesehen, Abenteuerin. Die Kunde von deinem Leistung ist bereits zu mir durchgedrungen. Wirklich bemerkenswert. Die Beseitigung der Primae hat sich zu einer Staatsangelegenheit entwickelt. Deswegen wünscht der Admiral persönlich mit dir zu sprechen. Wie du weißt, wird Limsa-Lominsa von den Sahakien und den Kobolden bedrängt. Die Kreaturen aus den Tiefen der See und dem Dunkeln der Berghöhlen. Dabei hätten wir schon mit der Bekämpfung der Piraterie genug zu tun. So wenig, wie ich mir das eingestehen möchte. Unser Stadtstaat ist nach der siebten Katastrophe noch nicht bereit für einen Kampf an so vielen Fronten. Noch dazu, da wir unseren Trumpf im Kampf gegen die Primae verloren haben. Das Heer der Helden. Vielleicht ist dir jetzt klar, warum ich dem Bund der Morgenröte um Hilfe bitten musste. Ist das nicht seltsam? Wir hatten noch die Abmachung, dass die Schätze des Meeres den Limsa gehören. Die Schätze der Berge, aber den Kobolden. Die Kobolde haben sich daran gehalten, aber wir nicht. Wir wollten die Kontrolle über die Bodenschätze erlangen und sie leisten natürlich Widerstand mit dem Beistand ihres Primaehes Titanen. Jetzt den Bund zu bitten, diese Bau auszulöffeln, die sich Limsa selbst eingebrockt hat. Dann macht es sich der Mahlström ziemlich leicht. Istola, das stimmt doch nicht. Wie kannst du von dem Admiral so respektlos daherreden? Du siehst, Istola hat sich einen ungetrübten Blick bewahrt. Gut, ich kann es nicht leugnen. Wir sind im Auftauchen von Titan nicht ganz unschuldig. Aber was nun? Die Sicherheit des Landes steht auf dem Spiel. Verzeiht mir, Admiral. Ich war etwas zu scharf in meinem Urteil. Titan hat schon begonnen, den Äther aufzusaugen. Im Landesinneren zeichnen sich schon erste Schäden ab. Bald werden wir auch in Limsa-Lominsa die Auswirkungen spüren. Ich weiß, dass wir hier viel von dir verlangen. Und darüber hinaus weißt du nun auch noch, dass wir durch unsere eigenen Zutun in diese missliche Lage geraten sind. Aber... Ja... Vielen Dank, du verstehst also und bist bereit, uns zu helfen. Du hast die volle Unterstützung des Mahlstroms. Wenn du etwas brauchst, werde ich veranlassen, dass du es bekommst. Nett. Ja, das waren noch friedliche Zeiten, als wir Abkommen mit den Kurbeuten schließen konnten. Jetzt, da sie Titanen beschworen haben, ist es vorbei mit der Diplomatie. Zuerst müssen wir Informationen sammeln. Das Herr der Helden wurde zwar aufgelöst, aber seine ebenheiligen Mitglieder müssen auch irgendwo aufzufinden sein. Wo, weiß ich auch nicht genau. Aber es gibt so ein Gerücht, dass sich einer von ihnen im Windparkrauf Flotte aufhalten soll. Dort werden wir anfangen. Wer weiß, vielleicht ist ja was... Ja, was dran? Oh Gott. Ja, da ist nichts Wahres dran. Das könnte ja knicken. Da ist irgend so ein komischer Volltrottel, der meint, den Dicken zu markieren. Ja, diese Woche haben wir nicht viel gemacht, ne? Eigentlich gar nichts. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Oh Gott. So, ist das nur die Frage, wie kriege ich jetzt noch mein Level hoch? Am besten, wenn ich Inhalte laufe, ne? Machen wir einfach mal. Bei einem Inhalt würde ich, je nachdem, wann wir reinkommen, machen. Und danach würde ich einmal kurz Essen machen. Dann vielleicht noch einen Inhalt, wenn ich es dann noch schaffen sollte. Oh. Oh. Ja. Dann, sofern ich dazwischenkomme, sollte sie ja schon da sein. Denke ich. Glaube ich. Ich habe ja die Skurte offen. Ich sehe das dann hier. Nein. Trachtum. Ich hasse dich. Was bringt dem Mülleimer Fosin? Ja, den Fose bringt der Wein. Und wer mir meinen Wein nimmt, der soll froh nimmer sein. Wenn du mir noch länger auf den Rücken klotzt, muss ich deine Geräte in den Flügeln einer Mühle flechten. Hm? Das Herr der Hilden suchst du. Gratuliere. Du hast es quasi gefunden. Dass du den ganzen Weg hierher gelaufen bist, um mich zu treffen. Aber kein Wunder. Schließlich war ich der beste Mann im ganzen Hildenherr. Also, Schätzchen, was möchtest du wissen? Oh, wo das echte Herr der Helden ist. Hildenherr. Wie auch immer. Und nicht du. Dein Himmel, 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 Himmel blauer Farbstoff. Du willst deine Geschichte aus meiner Zeit beim Herr der Helden hören? Gib's doch zu. Du interessierst dich doch nur für diesen Primae. Der Primae namens Gigant. Genau der. Nein. Gigant. Er hat uns unvorstellbare Opfer abverlangt. In der ganzen Geschichte von Eosea gab es keinen mutigeren Helden als uns. Aber wenn ich mich an den Kampf gegen den Tyrannen erinnere, bekomme sogar ich eine Gänsehaut. Der Himmel verdunkelte sich, wenn er erschien. Die Erde bebt unter seinen Schritten. Gift und Galle spuckte aus seinen tausend Mäulern. Na, so viel hatte er jetzt auch nicht. Und einen Schlag hatte er drauf. Junge, Junge. Damit konnte er den ganzen Berg zu Gieselsteinen zerbröseln. Aber wer ist... Wer ist behendet seinen Schlägen ausgewichen und hat ihn zur Fall gebracht? Ein Soldat des Heeres der Helden. Ein einziger. Der große Trachtum. Oh Gott. Du hättest seine Tentakel sehen sollen. Jetzt hat er plötzlich Tentakel. Dick wie Baumstämme. Ohne Unterlass ließ ich meinen Axt kreisen. Und als die Klinge bis auf der Schaft abgewetzt war, habe ich sie als Knüppel benutzt. Diese Frage zeige ich dir im Kopf, ey. Ich dachte, du wolltest meinen Heldengeschichten hören. Du willst etwas über den Primae Titan wissen. Titan, genau, meine ich ja. Weil du mich schon so ausquetschen musst, dann bewahrst du erst mal, dass du meiner Information würdig bist. Hier in deinem Nisten Dokraten. Wenn du die erledigst, erzähle ich dir mehr von dem Migrant... Äh, Titan. Jetzt erzähle ich dir mehr von den Migranten. Was? Hast du aber keine Migranten? Wollen wir überhaupt was sagen? Das ist also die nächste Frage. Oh. Ja, ich weiß schon, bevor du kriegst, keine Erfahrung mehr dafür. Traurige Sache. Ach so. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Kommt denn noch der Rattenkönig? Ich warte mir, glaube ich, den Wolf. Ich bin ja noch gar nicht fertig.